Minna Genki! Wir spielen heute Command & Conquer Alarmstuff Road 3 Mit dabei ist der liebe Sigma Hallo! 014 Und wir spielen heute in Yokohama Denn da wird irgendwas passieren Passieren, ja? Irgendwas passieren Und wir gucken uns die Cutscene an, was in Yokohama passiert Ja, zuerst noch muss ich mich kurz dafür entschuldigen Dass die letzte Folge nicht auf meinem Kanal kommt Sondern ich die nur zum Rio verlinkt habe Denn während der letzten Aufnahme ist mir doch glatt meine Festplatte vollgelaufen Und ja, dann hatte ich 24 Minuten von 50 oder so Ja, aber das Gute ist ja, wir laden das ja zu zweit hoch, das ist ja das Tolle Ja, Mensch Rio, ich hab voll das Déjà-vu Echt, hast du das? Also, ich weiß nicht Wir fangen mal an Und ich hab das Gefühl, das wird eine spannende Folge Ja Dein Androiden-Spion hat sich als sehr nützlich erwiesen, mein Sohn Danke, Vater Ist das der sowjetische Wissenschaftler, der da mit den Alliierten spricht? Ich will auch so einen Stuhl haben Hm, das ist bestimmt voll bequem, oder? Wir haben das überprüft, Mr. President Er sagt die Wahrheit Naja, die Sowjetunion war am Rande der Niederlage Und wir reizten in der Zeit zurück und änderten alles Was soll das heißen? Nun, wir haben das Raum-Zeit-Kontinuum verletzt und damit die Zukunft geändert Der Hansi, das Reich der aufgehenden Sonne hätte nie existiert Nein, wenn wir nicht mit der Zeit gespielt hätten Mr. President, geht es ihm gut? Sagte er, das Reich der aufgehenden Sonne hätte niemals existiert? Mr. President Mr. President Das Reich hätte niemals existiert? Nein Wenn das Schicksal geändert werden kann, einfach so Wenn die Zukunft verformbar ist, dann gibt es keine göttliche Vorsehung Das alles bedeutet nichts Mr. President, bitte sagen Sie uns, was wir tun sollen Oh mein Gott, was ist das denn? Unser Spion ist nicht mehr Ja General, eure Hoheit, wir fangen gerade eine Reihe von Übertragungen ab zwischen den Alliierten und den Sowjets Wir sind dabei, eine Streitmacht zusammenzustellen, um uns anzugreifen Sowjets und Alliierte zusammen? Wir hätten die Sowjets neutralisieren sollen Genau wie jeden einzelnen Alliierten Soldaten Ich... Ich verstehe nicht Ich hätte auf dich hören sollen, mein Sohn Meine Zeit ist vorbei Hazu Ich gebe dir die volle Kontrolle über das Shogunat Bitte Du musst unser Reich retten, mein Sohn Ja, Vater Wie gesagt, dabei macht er doch gar nichts Das machen sowieso alles wir Ja Ich, äh, Glück ihm ab Mhm Äh, ja Also ich finde Er war diesmal ein bisschen dankbarer als sonst Das stimmt Und ja Ja Wir sind auf jeden Fall in Yokohama und die Alliierten und die Sowjets haben sich verbündet und jetzt müssen wir mal sehen, was da so abgeht auch Hä So, äh Wahnsinnige Flotte, wow Ja Also wer sich gerade fragt, warum wir hier so komisch rumeiern Äh, die haben das eben schon mal gespielt So die ersten... Versucht Ja, die ersten 3-4 Minuten oder so So Und äh Sind dann kläglich daran gescheitert, dass das Spiel einfach mal sich aufgehängt hat So Und zwar richtig Also so volle Kanne Commander, die Alliierten kontrollieren den Hafen und die Belagerung steht kurz bevor Wir haben nicht viel Zeit, bis unsere Infrastruktur hier verloren ist Beeilen Sie sich Ja, gut Also, beeilen wir uns So und diesmal nicht die Brücke zerstören Das war kein guter Move So Unser Verbündeter wird angegriffen Ich habe mich endlich Einheiten entdeckt Ist das von Bedeutung? Ja, also ich finde es schon, äh, sie ist schon cool Also ich mag sie schon zu spielen So Ja, das war ich Ich habe die Brücke zerstört, weil wir brauchen sie ja wahrscheinlich eh nicht, hoffe ich mal Der Also, weil ich kam so Da oben kommen wieder welche Oh, 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 das wird cool Moment Ich bin ich dran Die sollen ruhig kommen Sie werden uns nicht mehr stören Moment So Äh, wa Das war ich aber nicht, das warst du jetzt Das war ich, aber warum? Weil die Brücke auf dich runtergestürzt ist und deine Yuriko einfach zerquetscht hat Man Du sie als die Cutscene schon zum vierten Mal anziehen Zum vierten Mal Nein, wir skippen das jetzt Das kann doch nicht sein Ich brauche die Berichte Ahnung Nachdenken 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 Okay Ich meine die, die Mission wird ja nicht lang sein, wir müssen ja nur zwei Reiche zerstören Und da hängen wir uns schon an solchen Kleinigkeiten auf Nachdenken Tut mir leid, wir konnten die Sowjets nicht zerstören Die Brücke ist auf Yuriko gefallen und Der Einsatz ist gescheitert Genau Es ging einfach nicht, es war einfach Ne, war einfach Ne Ne Also dran denken, Spezialfähigkeit benutzen und nicht die Brücke einstürzen lassen Okay Als wenn sie über dir ist Zumindest nicht Los geht's Kommander, die Alliierten kontrollieren den Hafen und die Belagerung steht kurz bevor Wir haben nicht viel Zeit, bis unsere Infrastruktur hier verloren ist Beilen Sie sich Die meisten Alliierten Yuriko Hattest du gesehen, dass der Panzer nochmal so auf den Boden geht? Ja Irgendwie Voll cool Sehr gut Jetzt gehen wir wieder nach unten Wo sind denn alle Einheiten entdeckt? Mach die Brücke kaputt Bin schon dabei Stopp Jetzt nicht die Brücke kaputt, mache nicht die Brücke Nicht die Brücke Ich mach das nämlich voll oldschool jetzt mit Äh, was ist oldschool? Mit meiner Ja Hui Okay, weiter Jetzt mach ich die Brücke kaputt Nein, Scherz Jaaa, König Oni Oha Ja Kommt mir nicht zu nahe Bam Puff Bam Alles finished Jaaa, Shinobi Verrückt Okay Jetzt müssen wir unsere Basis zurück erobern Du gehst nach rechts, ich nach links Okay Okay Nur weg von hier Damit wir möglichst schnell hier alles, äh Befreien können Sie werden uns nicht mehr stören Wo sind denn alle? Ja, die greifen unsere Basis an Ja toll, jetzt habe ich deine zurück erobern Und was kriege ich? Die, die du redest Wahrscheinlich ist die damit ja total kaputt Ich kann mich nur an diese Mission erinnern, ja Auf der, äh, schwarzen Shitkröte Als ich keine Raffinerie mehr hatte und, äh Und Sigma hat seine nur verteidigt Was? Achso Ja Gar nicht Century Bomber Ich habe alles versucht, aber es ging nicht Ja, genau Ja, echt jetzt Ich habe mich entschieden Ob sie mit mir schreien Stirb Wo sind die denn alle? Hier sind noch so einzelne Okay, warte, ich muss jetzt wahrscheinlich inner zu dir gehen Um meine Basis zu retten Da kommt Verstärkung Ja, bei mir ja auch Jetzt bin ich dran Nur weg von hier Ich heiße Yuriko So, ist ja gut So, ist jetzt langsam mal Ende hier Ja, bei dir schon, bei mir nicht Ich muss meine jetzt zurückerobern Uuuuuhhhhhh Hier ist ein Gegner Wollts nur mal sagen Einer? Ja, einer steht hier Okay, sehr gut Ich habe meinen Teil jetzt eigentlich auch geschafft Okay, erstmal alles zurückerobern hier Äh, zurückerobern Reparieren Gut, das haben wir Achso, ja Reparieren 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 Immer da rüber, bitte So Ja, du musst noch links oben dein Ding Dein Ding, ja Hol dein Ding Achso Achso, okay, dann soll ich das für dich machen, okay Äh, ich Ich mach das schon Ist kein Thema Stress mich Ist ja deine Basis, nicht meine Stress mich nicht Stress mich Ich brauche meine Zeit Ich muss erstmal wieder Truppen zusammenziehen Ich hab kein Geld mehr Okay, hier drüben ist gar niemand Auch nicht schlecht, okay Sie werden mich fürchten Nur weg von hier Okay Ich stehe über ihnen Hm Das müsste jetzt aber auch deine sein hier oben Näää Doch Okay, ne, ich hab nur zwei Nein Ah doch, tatsächlich, okay Warum hab ich bitte zwei Von den Dingern, das verstehe ich jetzt nicht ganz okay Wieso meinst du, hä? Weil ich unten zwei von den Nanoschwarm-Dingern habe Die Verstärkung ist unterwegs, Commander Sie müssen die Stützpunkte halten, solange bis sie eintrifft Aber natürlich, machen wir doch sehr gerne Die Verstärkung wird angegriffen Eine Einheit wird angegriffen Okay, ich glaube, sie sollen uns beeilen Meinst du? Äh, was heißt beeilen, aber ein bisschen Ich mein, ich kann nichts bauen, du baust das ja jetzt eigentlich alles Ich kann ja jetzt Ich kann ja jetzt Doch, du kannst, äh Du kannst Fahrzeuge bauen, du kannst Infanterie bauen, das kann ich alles nicht Ach, echt nicht? Ah, ich werde angegriffen Meine Gebäude werden zerstört Ich weiß Kai, das ist echt assi gerade, sehr assi Hä Weg, 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 weg Bitte weg, bitte weg, bitte weg, bitte weg Sie unterschätzen meine Macht Ich bin verrückt Ja, wie soll ich mich denn gegen die Flugzeuge verteidigen, bitte? Ja, ich weiß es nicht, ich muss jetzt auch mal Ja, mit Chopper und Striker, Mann Unzureichendem Mittel, unter Ort, weiter Ja, ich weiß es, ich muss das jetzt machen mit Yuriko Äh, die zerstören einfach so meine komplette Basis mal eben Ja, dann benutze auch deine Yuriko Ach stimmt, ja, wo habe ich die denn? Hallo? Sie werden mich fürchten. Kein Feind ist zu groß. Wo sind denn alle? Okay, sehr gut. Unser Verbündeter wird angegriffen. Soll ich was zerstören? Hier landen. Los, nicht schlapp machen. Weiter los. Sehr geil, echt. Mann. Wird gebaut. So, haben wir geschafft. So, hier geht es weiter. Sehr gut. Ich habe gar keine Schiffe. Ja, dafür hast du ja deine Flugzeuge. Die kommen bei dir. Ja, schön. Okay, hier ist noch alles soweit intakt. Naginata-Kreuze wären nicht schlecht. Ein paar Schukun-Schlachtschiffe wären nicht schlecht. Gut, hier habe ich alles noch. Soweit okay. Ich habe kein Geld. Ja, denkst du, ich habe Geld. Okay. Hier drüben. Ja, greife ich den natürlich schon wieder an. Diese Bitches, das ist aber auch echt blöd gemacht. Also. So. Bitteschön. So, sehr gut. Mann. Voll Mann. Ist doch da... Nee. Das... 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 So. So. Da ist der blöde Flugzeuggeräber. Da ist der blöde Flugzeuggeräber. Verdammt, Jodipo ist gestorben. Unzureichende Mittel. Gibt's doch nicht. Wie jetzt? Können wir es den grünen? Och. Eine Einheit wird angegriffen. Noch eine Minute. Geschwisterinsicherheit. Ja, noch eine Minute dürften wir echt schaffen, also. Einheit verloren. Unzureichende Mittel. Pfff. Okay. Krass aus, ey. Ja. Nicht nur du. Das ist doch deine Yuriko. Damit kannst du ins Wasser gehen. Wer braucht schon Freunde? Unzureichende Mittel. Noch 30 Sekunden. Okay, sehr gut. Ich meine, hab ich ja ein paar Naginata-Kreuzer. Von Bedeutung? Sie werden uns nicht mehr stören. Soll ich was zerstören? Eine Einheit wird angegriffen. Sie werden mich fürchten. Noch 10 Sekunden. 10 Sekunden halten wir durch, oder? Ich hoffe. Mal sehen, was sie zu sagen haben. Ja, meine Yuriko ist leider gestorben. Die Verstärkung ist da. Gute Arbeit. Unsere FB-Apps und Nanokerne sind über den südlichen Kanäle ein. Ja, sehr gut. Unzureichende Mittel. Was? Wo? Ah, okay. Ach. Okay. Die Erdwenden haben einige Relaisstationen aktiviert, die unsere Kommunikation stören. Bau abgeschlossen. Was? Neues Einsatzziel erhalten. Okay, dann. Unser Verbündeter wird angegriffen. Äh, den Raffinerie-Camp haben wir doch gar nicht. Ah, doch da. Station, die Unzorn, bestimmt. Ey, ich will jetzt mal mit zwei Raffinerie-Campen. Ich brauche mehr Raffinerien, bitte. Also echt. Ich habe nur einen. Naja, klar, weil du schon... Ich habe auch nur einen und ich möchte auch zwei. Ja, die sind bei dir wieder voll drin hier. Du musst ein bisschen aufpassen auch. Wo? Ja, die greifen dich an. Ja. Was soll ich machen? Mit Yuriko. Du hast die noch im Wasser stehen. Die ist ja gleich in der Nähe. Wer braucht schon Freunde? Ich versuche schon mit meinen Schiffen ein bisschen. mit mir zu helfen, aber so gut geht es auch nicht. Ich muss immer alles gleichzeitig machen. Das ist ja schrecklich. Ist halt so. Kann man nichts machen. Okay. Wir haben nur hier zwei Raffinerien, ne? Oh Gott, oh Gott. Da ist schon wieder ein, äh... Flugzeugträger, den muss ich da stellen. Oh Mann, äh. Sag mal, wo fliegen die denn hin? Hey, das ist, äh, Flugzeugträger. Das ist dein Schiff. Nein, ich meine, die haben ja jetzt so andere... Die fliegen jetzt da hinten rum. Ach, die... Ah, ich weiß schon, was du meinst, ja. So. Kampfsteuerung. Was sind die Kampfsteuerung? Ist schon Pause? Sie unterschätzen meine Macht. Ey, was, Kampfsteuerung? General, vorkehr. Na, hier steht Kampfsteuerung endet in... ...12 Minuten. ...weiß ich nichts. Ich glaube, ich soll ein bisschen in 12 Minuten den Gegner töten eigentlich, oder? Was? Die Nanoschwarm uns nicht vorübergehend den Countdown dieser Relaisstationen. Ja, müssen wir machen, genau. Überhals! Da ist wirklich so. Unser Stützpunkt hat angegriffen. Einheit verlosen. Bau abgeschlossen. Okay. Ich versuche mal, eine Flotte aufzustellen, aber ich bin natürlich dann jetzt nicht so super toll. Ja. Weil ich kein Geld habe, eigentlich. Also kümmerst du dich um die Verteidigung und ich versuche, die Dinger zu zerstören. Unsere Langstreckenscanner haben eine theoretische Streitmacht geortet. Wo kommen denn die jetzt her? Wo kommen denn die jetzt her? Warten Sie, bis Sie den Abgang sehen. Ihren Abgang. Eben gegriffen. Entfesseln mich. Ich war noch nicht fertig. Unser Verwündeter wird angegriffen. Okay, sehr kurz. Eine Einheit wird angegriffen. In der Asurkern. Äh. Zielpunkt verrast. Nee, jetzt... Warnung, eiserner Vorhang geortet. Wird gebaut. Ja, das hat es jetzt echt wieder in sich hier, also... Wollen Sie nicht hier rüber kommen? Testen Sie doch Ihre Kräfte gegen mich. Kraft habe ich reichlich. Bau abgeschlossen. Nee. Okay. Sehr gut. Warnung, eiserner Vorhang geortet. Unser Verwündeter wird angegriffen. Ja, hallo, von wo kommen die? Ach, da von da drüben, okay. Wollen wir ein Bonusziel erhalten. Die Sowjets müssen eliminiert werden. Ja, das ist doch... Nee, das... Das hat es wirklich... Dieses Mal hat es echt in sich. Das ist echt krass, Alter. Letztes Geschwader bereit. Unser Verwündeter wird angegriffen. Vielleicht in dieser Angefläche nicht. Zielbehele. Okay, nee, hier sind die auch viel zu stark. Okay, gut, du hast jetzt auch darauf geachtet, dass die mich hier angreifen. Gut, dann habe ich jetzt keine Schiffe mehr. Verdammt. Was, wo greifen die dich an? Ja, links oben haben die meinen Dock zerstört. Ja, ich sehe das nicht. Ja, jetzt greifen die mit Twinblades noch an und mit Dreadnoughts greifen die an und mit allem. Okay, gut. Rocket Angels, bitte Rocket Angels, los. Jetzt haben die da so einen scheiß Bomber. Ja, ich sehe es. Nicht nur einen. Alter, ich... So schnell kriege ich die niemals. Ist scheißegal, was ich jetzt mache. Ja, benutzt die Yuriko. Du hast noch eine Yuriko. Die muss ab ins Wasser und auch ein bisschen hier... Weil wir brauchen jetzt harte Waffen. Unsere Schiffe und so, die bringen momentan nicht viel dagegen. Die brauchen zu lange. Wird gebaut. Wir haben einen Sammler verloren. Wird gebraucht. Unser Rauch. Abgebrucht. Unser Verbündeter wird angegriffen. So wissen nicht, wie das ist. Was haben die denn... Ich bin nicht verrückt. Ich habe mich entschieden. Okay, ich kann den Countdown wieder aufhalten. Ist schon Pause? Ist das von Bedeutung? Nur weg von hier. Wo sind denn alle? Okay, jetzt habe ich wieder keine Energie. Irgendwo hat jemand meine Kraftweige zerstört. So muss es natürlich sein. So, also. Das hier hin. Das machen die die ganze Zeit schon. Das ist echt zum Kotzen. Ich baue mir jetzt da hinten einfach auf, wo sie nicht hinkommen. Ist mir jetzt egal. Ja, mache ich auch gerade. Okay, hallo. Wir brauchen hier ein bisschen mal Hilfe. Eine Einheit wird angegriffen. Weiter aufbauen. So. Ich bin nicht verrückt. Okay. Gut, ja. Das bringt uns nichts. Okay. Ja, neun Minuten haben wir nur noch, ne? Nur so nebenbei. Ja. Okay. Ja, das Dumme ist, diese blöden... Sie wissen nicht, wie das ist. Wie nennt man das? Diese blöden? Ja. Ja, diese Cryocopter da. Ich kann die nicht aufhalten, weil die sind einfach so... Wenn die mich einmal schrumpfen, ist es vorbei. Dann kann ich nichts mehr machen. Ja. Komm, jetzt schlägt es mal zurück, ey. Was seid ihr für Pussis? Ich buffere euch noch. Oh, nöder Flugzeugträger. Mann. Gut, den hab ich zerstört. Weiter, weiter, weiter. Los, 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 los. Oh, mach den Flugzeugträger kaputt. Danke. Hallo, warum weckst du dich nicht? Willst du hier nicht raus, oder? Nein, 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 nein. Ist das von Bedeutung? Nein, Yoriko ist tot. Okay, jetzt gehen wir einmal da rum, das dürfte ja gehen. Acht Minuten noch, boah, ey, das kann was werden, doch. So, du zerstörst das bitte. Und unser Stiftpunkt wird angegriffen. Ach, okay. Oh, nö, doch nicht. Oh, Mann. Was denn? Ich kann die, ich kann die blöden Flugzeuge, ich krieg die nicht kaputt. Ich hab keine, um die Tod zu machen. Was hast du nicht? Unten sind die in meinem Lager, ich krieg die nicht kaputt. Etwas hasse ich aus ganzer Seele. Gemeine Betrüger, die voller Hinterlist sind. Ich dachte, die Japaner hätten so etwas wie Ehre. Unser Verbündeter wird angegriffen. Ja, ja, gut, ja. Nee, das schaff ich nicht, Alain. Ich kann nicht dies verteidigen und oben angreifen, also. Ja. Eine Einheit wird angegriffen. Ja, hallo. Ja, okay, dann geh ich nicht dahin, ist mir auch egal. Nee, das schaff ich nicht alleine, also. Weil ich nicht alles gleichzeitig verteidigen kann. Das ist blöd. Aber mir ist jetzt wieder alles kaputt gegangen. Okay, jetzt mach ich das mit Yuriko alleine. Okay, oder auch nicht, weil ich One-Hit bin. Gut. Nein. Wir dürfen Sie nicht unterschätzen. Losgreifen, genau. Nach oben an. Du musst auch die Relais-Stationen am besten zerstören, nicht nur die Superwaffe. Eine Einheit wird angegriffen. Eine Einheit wird angegriffen. Okay, ähm... Warum braucht das so lange? Komm, mach mal ein bisschen schneller jetzt. Und hier brauchen wir... Wo ist denn? Schoko und Schlotte, was? Ich komm da nicht an, oder? Mit den Schiffen. Komm ich da an? Doch, rechts oben schaffst du es zu zerstören. Die können so weit schießen, habe ich auch gerade gemacht. Okay, gepanzerte Flotte. Sehr gut. So, und jetzt eine Yuriko und Rocket Angel, bitte. Schnell, 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 schnell. Okay. Ja, übertreib doch noch mehr. Pff. Okay, ich schicke dir noch ein paar Flugabwehrdinger. Ja. Ja, nee. Jetzt ist mal wieder gestunnt, weil... Das hasse ich voll, weil... Diese scheiß Flugzeugträger, man kann nichts gegen sie machen, wenn man, äh... Wenn sie einen stunnen, ist man eh tot. Ach, ich hab... Ach, super, toll. Ja, nö, können wir vergessen, ich bin kaputt. Warum? Weil hier so ein scheiß... Zeppelin durchgekommen ist, den ich nicht gesehen habe und alles kaputt gemacht hat. Ach so, ja, das kann natürlich sein. Also wir müssen uns darauf achten, ich greife das nächste Mal an und du, äh... Warte, es könnte sein, dass ich noch einen AWF gebaut bekomme. Ja, klar, aber ich meine, ich kann, ich kann dich nicht verteidigen, ich habe nichts, absolut nichts, habe ich. Ja. Ja, noch fünf Minuten. Geil. Geht absolut nicht. Nee, dann stumpfet die mich jetzt hier wieder. Nee, wir müssen neu starten und diesmal verteidigst du alles und du passt voll auf, dass du alles verteidigst. Ich krieg das nicht hin, ey. Die kommen von überall. Das ist voll krass. Ich meine, wir haben halt keine Wahl, das ist das. Ja. Okay, jetzt bitte weiter. Kommt ihr Muschis. Wo ist denn jetzt diese blöde Zeppelin? Nicht da weg, da kommt lieber ein... ...so ein blöder Delfin, der... ...jetzt alles kaputt macht. Toll. So, los, ihr greift hier weiter an. Vielleicht schaffen wir es noch. Nee. Ich bin weg. Okay, doch, 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 das geht hier noch. Wenn ich mich durchbacke jetzt, dann schaffe ich es. Okay, ich bin mit dem Yurikwan langgekommen. Komm, 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 jetzt nicht ab. Ja, fick mich doch ab, ey. Okay. Gut. Sehr gut. Okay, jetzt laufen, 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 laufen. Ja, hallo. Könnt mich nicht angreifen. Pfff. Ja, ja. Okay, fast geschafft. Okay, meine Rocket Angels sind irgendwie tot, warum auch immer. Ey, da ist man einmal nicht da, einmal. Und dann stirbt man. Ja. Repariert. Okay. Einheit verloren. Los, 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 weitere Rocket Angels. Nicht auf, schaffen das. Drei Minuten geht noch. Die brauchen zwar 40 Sekunden in der Produktion, aber hey. Noch drei Minuten. Schaffen wir bestimmte drei Minuten. Eine Einheit wird angegriffen. Ne? Ne? Ne. Ne. Okay. Los, jetzt, hier, bitte. Ja, und du solltest auch einen Nanoschwarm bauen, möglichst zeitnah. Ey, ich kann nichts bauen. Aber weißt du, was ich machen kann da, was ich wirklich machen kann? Wir versuchen in der nächsten Folge, sie einfach zu rushen im nächsten Versuch. Ja, aber wir haben ja nichts zum rushen, oder? Doch, ich, pass auf, du verteidigst dann. Und ich gehe, oder, wie, beide, wir beide. Ich baue noch Schiffe und wir gehen mit unseren beiden Yuriko Omega schon ins Lager, bevor die Sowjets kommen und bevor wir unser Lager retten. Weißt du, was ich meine? Achso, du meinst, bevor wir unser... Ja, aber die Yurikos sterben doch da mit One-Wild. Ne, ne. Weil ich baue noch, ähm, Shagun-Schlachtschiffe und Naginata-Kreuzer. Die dann die Verteidigungsanlagen ausschalten. Achso, du meinst, wir erobern erst ein Lager von dir, um Schlachtschiffe zu bauen und verteidigen das Lager und... Ah, ne, das Lager brauchen wir nicht verteidigen, weil sie kommen ja nicht. Sie greifen da noch nicht an. Wir schaffen das schon. Ja, ja, ich mein, ja, ich weiß, was du meinst, ja. Ich habe jetzt übrigens wieder einen Bau hoch. Sehr gut, bringt uns jetzt voll. Gar nichts. Gar nichts, weil... Die auch irgendwie nicht angreifen können, weil die gerade keine Lust haben. Okay, auch nicht schlecht. Ne, komm, lass uns das neu starten, das hat keinen Sinn. Wir verschwenden nur unsere Zeit jetzt. Okay. Starten wir das neu. Huch. Äh. Ihr Teamkollege hat sich mit uns umgebrochen. Ich sogar weiterspiele in den Instanz. Warte, 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 wo drücke ich denn jetzt drauf hier auf? Benden, oder? Ja. Benden. Benden. Okay. Ja, weiter. Oh, ihr Commander hat diese Sitzung verlassen. Ich würde sagen, wir machen hier einen Folgen-Cut und sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich. Tschüss. 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 Vielen Dank.